Sollen das Spaghetti sein? Ist schon okay, Emily. Jede Bäre muss wissen, wie man mit dem U-Bahn-Netz durch die Stadt kommt. Zum Glück hast du ja mich, um es dir beizubringen. Es kann sehr kompliziert sein, also tu genau das, was ich tu und merk dir alles, was ich sage. Wir starten hier an der Rhabarberstation, dann nehmen wir den Ananasex... Ah! Yo. Emily? Limone? Limone? Limone! Was tue ich? Ich bin eine verlorene Bäre. Verlorene kleine Bäre, was wirst du tun? Verlorene kleine Bäre, du wirst Hilfe kriegen. Hallo, alles klar? Hallo, ich bin Emily Erdbeer. Können du und deine Hausratte mir vielleicht helfen? Es ist ein Frettchen. Er heißt Fackel und ich bin Hack. Wir spielen hier im U-Bahn-Netz für all unsere Fans. Wir können kurz Pause machen. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie das U-Bahn-Netz funktioniert. Ach, das herauszufinden ist einfach. Du musst es nur tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was, wenn ich es vermassel? Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust. Es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Ich bin so überfordert und hab Angst. Du schaffst das schon. Weiß nicht, was ich jetzt tun soll, bin verwehrt. Dann lass dir Zeit. Was, wenn ich etwas falsch mach und das schöne Lied zerstör? Dann fang ich nochmal an, gar kein Problem. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust. Es ist nicht so schlimm, wie man es nennt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust. Alles wird dann okay sein, denn ich, ich glaub an dich. Endlich, ich fühl mich nicht mehr so gestresst. Ja, sag ich doch. Ich werde hieraus lernen, ganz bestimmt. Nun weißt du es. Sein Mut, es stimmt dein Weg und alles wird gut. Und wenn du zweifelst, nur keine Angst, fang doch mal an. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust. Es ist nicht so schlimm, wie man es nennt. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Probier mal etwas Neues aus. Ich verspreche dir, wenn du's tust. Alles wird dann okay sein, denn ich, ich glaub an dich. Alles wird dann okay sein, denn ich, ich glaub an dich. Ich liebe das Trichterkuchensystem. Und du bist wirklich talentiert, Hack. Musik ist meine Leidenschaft. Wie das Backen für mich. Backen? Also, Essen ist meine zweite Leidenschaft. Backen? Limone? Limone? Ich hab dich gefunden. Hat die Ratte dir wehgetan? Es ist ein Frittchen. Mir geht's gut. Hack hat mir geholfen. Er ist Musiker. Genau, Hack. Warum kommst du nicht einfach mit uns zu den Backstuben? Ich bin sicher, jede Bäre liebt deine Musik. Ach, tut mir leid, Emily. Ich kann meine Fans hier unten doch nicht enttäuschen. Okay. Na, dann schenke ich dir wenigstens ein Dankeschön-Muffin. Bis dann! Wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ist es an der Zeit für Fackel und mich, unsere musikalischen Horizonte zu erweitern. Es gibt doch mehr Muffins bei den Backstuben, oder? Oh, das sieht lecker aus. Richtiger Kuchen vom Lande. Ich bin begeistert. Es läuft echt toll hier bei den Apfelgroßstadt-Backstuben. Es sieht so aus, als kommt mein selbstgebackener Kuchen vom Lande prima an. Also, dieser Kuchenstamm ist echt... Oh, seht mich an. Ich bin ein einfaches Mädchen vom Lande. Ich backe einfache, leckere Kuchen für einfache Leute. Und ich bin voll langweilig angezogen. Was? Ist sie doch. Es ist mir egal, wie sie sich anzieht. Sie schnappt mir meine ganze Kundschaft weg. Wir müssen diesem Land einmal so richtig zeigen, wo es lang geht in der Apfelgroßstadt. Hi! Wir sind deine Nachbarinnen. Ich bin Hanni Hilmber. Das ist mein Wagen da drüben. Oh, äh, das ist Gräbfrut. Das ist dein Wagen? Oh, ich fasse es nicht. So was Wunderschönes, wow. Ach, das ist doch gar nichts gegen... Das, was du alles drauf hast. Du bist ganz neu hier und voll angesagt. Oh, danke schön. Also, was darf's sein, neue Foodtruck-Freundinnen? Erdbeerkuchen? Erdbeerstrudel? Oder pain à la Erdbeer? Neue Kreation. Wir nehmen alles, was du übrig hast. Alles echt jetzt? Ich bin ausverkauft. Wer hat's geschafft? Ich. Ich hab's geschafft. Ganz ehrlich, Gräbfrut. Ich hoffe, diese Hallo-Ich-bin-vom-Dorf-Nummer wird niemals alt. Wie meinst du das? Na, das hier ist die Apfelgroßstadt. Du musst immer was Neues bieten. Oder die Kunden gehen woanders hin. Die Landeinnummer ist heute zwar ganz süß, aber wenn es langweilig wird, heißt es... Mach's gut, Bäre. Oh. Emily! Was ist los? Ich bin heute total ausverkauft. Na, das ist doch top! Heute vielleicht top. Und was ist morgen? Auf Wiedersehen, Bäre. Eine Kuchen kommt bald aus der Mode. Dann wollen die Leute nicht mehr bei mir kaufen. Das Universum hat dich nicht umsonst hergebracht. Wie kommst du denn nur darauf? Das Rätsel ist gelöst! Seht nur! Kommt alle her zum Himbeer-Stand und kauft Rustikalenkuchen vom Lande. E-ha. Oh nein, das haben die nicht im Ernst getan. Komm schon, Emily, wir bringen das sofort in Ordnung. Honey Himbeer! Was hast du getan? Was denn? Ich kann doch nichts dafür, dass die Leute meinen Kuchen lieber mögen als ihren. Deinen Kuchen? Das ist mein Kuchen! Du hast ihn gekauft und meine ganze Idee geklaut! Hey, wie kannst du es nur wagen? Deine Kuchen waren alle mit Erdbeeren. Meine sind mit Erdbeeren und Himbeeren. Und außerdem haben sie eine Schleife. Siehst du, ländlich kann jeder und die Kunden haben nun mal entschieden. Hallo, Emily Erdbeer. Du kommst doch vom Lande. Sind die hier authentisch? Ähm, naja, die Bäckerin dieser Küchlein wusste auf jeden Fall genau, was sie tat. Vielleicht etwas viel Himbeere. Doch wenn sie gern etwas Abwechslung mögen, hätte ich etwas für sie. Wie wäre es mit einem Blech frisch gebackenem Bauernkuchen, um euch Stadtbären mal richtig zu verwöhnen? Hanni Himbeer hat mir das Gefühl gegeben, ich selbst zu sein war nicht genug. Aber dann hat sie versucht, mir alles zu stehlen, was mich ausmacht. Du kannst gern versuchen, meine Kuchen als deine auszugeben. Aber es gibt nur eine echte Landbäckerin in der Apfelgroßstadt. Und die lässt sich sicher nicht vertreiben. Auf Wiedersehen, Bäre. Diese Bäre mache ich fertig, das schwöre ich dir. Los, hol mir eine Serviette.